Die Sachen, die passieren jetzt gerade, sind zwischen mir und Ateva. Und die Sachen haben in erster Linie mich und Ateva zu interessieren. Und darüber haben wir zwei zu reden. Und ich habe mich schlicht und ergreifend einfach, obwohl wir nicht viel miteinander zu tun haben, du und ich, habe ich mich einfach bedankt, weil du da warst. Daraufhin hast du geschrieben und gesagt, ruf mich an, Bruder. Wir haben telefoniert. Du wolltest, dass ich hier reinkomme. Und ich habe dir auch erklärt, dass mit Ateva jetzt gerade geredet wurde. Weil egal, was Menschen denken, wir waren halt beste Freunde. Egal, wie man das hier darstellt oder so, wir waren wirklich beste Freunde. Und deswegen bin ich es ihm auch schuldig und er mir, dass wir uns einfach sehen. So in dieser Emotion miteinander austragen. Und das habe ich ihm geschrieben gehabt heute. Und darauf warten wir. Und wenn ich jetzt hier live komme und das so sage, war meine Sorge dir gegenüber, dass es quasi vielleicht meinerseits falsch rüberkommt, weil man jetzt alles, was ich sage, auf eine Goldwaage legt. Verstehst du, Abi? Und deswegen wollte ich mit Attila reden, weil Attila und ich haben diesen Weg aufgebaut. Attila und ich sind dann gegangen und Attila und ich brauchen darüber zu reden. Niemand sonst. Und egal, wer in diesem Fenster sitzt und egal, wer hier nicht sitzt. Und du warst immer ein Abi zu mir. Du weißt, wir hatten unsere Differenzen, irgendwas ganz anderem oder komplette Lächerlichkeiten. Du weißt, wie ich bin zu dir. Und du kannst nur darüber reden, wie ich war zu dir. Ich will einfach nur mit Meistern reden. Und aus Respekt zu dir kam ich, um dir das zu sagen. Und ich werde diesen Respekt auch bewahren. Und genau so, dein Vorschlag war ja, dass ich mit ihm rede. Und ich habe dir einfach nur gesagt, dass ich das sowieso schon tun wollte. Aber Leute warten hier in diesem Live, weil gesagt wurde, ich werde hier reingeholt. Deswegen kam ich jetzt, Abi, aus Respekt zu dir. Ich weiß, das ist das. Okay, Abi. Ich habe auch gar keine Lust, hier weiter über diese Sache zu reden. Ich komme danach noch mal tausendmal live, auch mit Nabil, auch mit Egal Werden, Inschallah. Aber dann kann man mit Egal Werden werden, wie man will. Okay, Bruder. Das finde ich gut. Das zeigt Größe. Und ich will nur noch auch mal sowas loswerden. Letztens habe ich irgendwie, wo du deinen Diss rausgeholt hast, habe ich irgendwas gesagt. Ich will nur hier was sagen. Wenn Leute irgendwelche Videos schneiden, dass ich irgendwas gegen seine Frau gesagt habe. Alles gut, Bruder, alles gut. Nein, 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 Bruder, nein, nein. Jeder weiß hier, ich würde niemals über Mütter, Frau irgendwas geben. Alles gut. Aber es ist mein Zeug, niemand anders. Ich würde es nur sagen, wie die Leute... Das war auch der einzige Grund, wieso ich... Anfangs nicht mit dir live wollte, weil... So, da irgendwas über meine Frau so, weißt du, das... Ich kenne deine Frau nicht, ich kann nicht über deine Frau reden. Und wenn die Leute das sagen, ja... Wallahi, ich bin unschuldig von sowas. Jeder kennt mich. Hättest du über Frauen? Ehrlich jetzt. Aber ich habe mit dir, ja... Du hättest es dir gar nicht erwähnen sollen. Ich habe mit dir das einfach dir erklärt, wieso ich am Anfang gesagt habe, ich will nicht live kommen, Bruder. So, das war der einzige Grund, okay? Okay, gut, Abel. Ja. Du sagst, es ist eine Sache zwischen dir und Maestro. Aber wie kommst du dann auf die Idee dann... Also, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Nabil, Nabil, Nabil. Also, Nabil, ich kam her für Alapad... Alim, ganz kurz... Nein, nein, es geht ja nur ums... Nein, ich bin im kurzen Scepter. Ich weiß nicht, ob du zugehört hast. Er hat gesagt, er klärt das erst mit Attila, und dann klärt er das mit dir. Genau. Gerechterweise hat er es nur gar aus Anstand und Respekt gegenüber mir, wollte das nur sagen, dass er sich auch mit dir auseinandersetzt, aber Schritt für Schritt... Kann ich eine Sache nur sagen, Arafat, Bruder? Bitte, Bruder. Ich habe aus Respekt zu dir diesen Livestream beigetreten, und aus Respekt zu dir stehe ich hier und rede hier. Und jeder, der in meinem Umkreis war, weiß, wie ich zu meinem Umkreis war, egal, wie man heute über mich redet, auch der da unten. Und ich wollte mit dir reden. Ich bin oben, falls du mich meinst. Dann bist du oben. Okay, gut. Und der, der mit mir quasi in diesem Stream gerade ist, ist Arafat. Und ich bin für Arafat gekommen, und für Arafat habe ich das gesagt, und ich habe dir einfach nur gesagt, dass ich mich mit Attila treffen werde, und das werde ich tun, und mit Attila muss ich klären. Und inshallah, wenn du mit Attila fertig bist und geklärt hast, klärst du inshallah auch mit Nabil, und dann haben wir es hinter uns. Bei mir ist mit allen geklärt, Bruder, wirklich. Alles, was man von mir wollte, ist geschenkt, Bruder, ist alles gut. Habibi, Bruder, ich küse dein Herz. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.